Servus und hallo liebe Freunde, ich bin der Typ mit der Klatze, auch Legends Tersori genannt übrigens. Ja, und ich möchte mit euch heute anfangen Zero Siever zu spielen. Das nennt man ja auch ganz gerne oder wird so ein bisschen Tarkov 2D genannt. Das soll wohl ziemlich schwer sein, ich hab da schon mal reingespielt und ich muss sagen, ist irgendwie schon ganz geil. Man stirbt ungefähr genauso schnell wie ein Stonechart. So genau mein Ding. Verrecken kann ich. So, gehen wir mal rein, aber es gibt es jetzt nicht auf Deutsch oder so. Macht aber nix. So, machen wir mal New Game Slot 1. Geht das hier, machst du das oder? Well, fuck alle. Next. Okay, choose a starting equipment. Okay, 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 wir müssen aufpassen. Weil das ist ja so ein 2D-Game irgendwie, du so irgendwo in Russland unterwegs knarren und machst irgendwelche Sachen in irgendwelchen Gegenden. Also wie immer. So, wir haben hier, es wird nicht beschrieben, was das ist oder? Nee, okay, es ist auf jeden Fall was zu trinken. Kaffee, eine Knarre, Munition, Rucksack, keine Ahnung was das ist. So, hier haben wir eine Schrote und noch eine andere Knarre. Das sieht sehr ähnlich aus mit dem Toastbrot. Äh, okay, das sieht aus wie so Scharfschützen-Gedöns hier. Wahrscheinlich, ähm, ja, okay. Aha, wenn du jetzt alle wüsstest, was das alles ist, ne? Das ist hier minimal. Was ist das denn? Okay. Ein Rock. Ein Rock. Rock und Genie. Also mir gefällt ja irgendwie so, das ist so eine kleine AK-74 oder so ist das. Und das hier, ich weiß nicht genau, ist das ein Nachtsichtgerät vielleicht? Hier haben wir irgendeine, das sind so Verbandssachen hier scheinbar. Alright, alright. Aber ich glaube, ich finde ja das hier, äh, wegen dem Scope irgendwie ganz geil. Muss ich ja sagen. Und das hier weiß auch keiner, was das ist. Hm. Weil die erste Zeile oben ist ja, ist eigentlich immer das gleiche und die Waffen sind anders. Lasst uns doch mal. Äh, ich weiß nicht. Man, so eine AK ist ja ich immer ein guter Start, ne? Ich weiß nicht genau. Äh. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber wenn man jetzt wüsste, was man nicht wüsste, ne? Komm, wir machen einfach Start. Scheiß die Wandern ist jetzt schön hier. So, space to skip the introduction. Welcome to the Bunker Zero Zivet, one of the last safe places in Zarkov. Statt Tarkov, Zarkov. Das ist ja alles so witzig hier. So. In this place you were able to accept new missions straight with vendors and manage your equipment. Before you go out on a hunt, I suggest you explore the bunker. In order to leave the bunker and go on a hunt, you need to talk to the train conductor. He's located to the south, outside the bunker. Before leaving, ask him a few questions. He will explain how to extract from maps. All right. Go talk to the barman. He will surely have some quests to give you. Um, okay. Also, he will explain what happened to Zarkov. 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 Z-Z-Z-Z-Z-Zarkov. So. Here's a room in the bunker that you can see on the base. Alles mein Raum. Okay. Alles klar. By accessing your personal device, you will be able to see your position, current missions, install new modules and other things. Press TAP to access your inventory and equip the backpack. If you need more, I mean, if you need information on the game mechanics, consult the tutorial by pressing ESC. Good luck, Hunter. Yes, und ich bin der hier. Ich sehe ja jetzt schon aus, wenn ich vom Auto überfahre. Ich habe einen riesen Kopf, keine Nase, keine Augen, nicht mal Schuhe an. Also, ich bin der hier. So, dann haben wir hier oben so lustige Symbole. Radioaktiv. Gesoffen habe ich genug, gegessen habe ich genug und irgendwie bin ich unter Strom. Ach, Stamina, okay. Okay, okay, okay. Press TAP. So, hier haben wir schon mal die Knifte. Ah, mit Maustaste gedrückt halten, kann man das hier bewegen. Boom. Was ist das? Bulletproof Vest. Also doch kein Nachtsichtgerät. So, das Inventory Ground. Okay, okay. Ähm, was haben wir hier? Matkit T-000. Ähm, movement, also bringt 50 Health in 8 Sekunden. Das hier bringt 4. Das steht gar nicht. Ah, ist Blutung, okay. Okay, also wir legen mal Blutung auf die 3, heilen auf die 4 und das hier macht Round 15. Keine Ahnung, was das ist. So, haben wir hier, äh, Frisalien und Bisi Muni. Das ist 5,45 mal 39. Was braucht das Ding hier? 5,45 mal 39. War ja irgendwie klar. Und das ist das gleiche. Okay, bisschen Brot. Okay, alles soweit. Easy peasy. So, wow, yeah baby, I got the gun baby. Ah, das ist schon mal cool. Jetzt geht die Waffe in die rechte Hand, also hinter den Typ. Naja, okay, ganz nett gemacht. Mit Shift kann man rennen, ein bisschen Licht haben wir auch. Du hast ja die Knarre, ist ja 5 mal so groß wie du, Digga. Ähm, F4 Craft. Okay, hier können wir auf jeden Fall, ui, okay. Einiges craften, wollen wir nicht. Was ist das hier? Das ist doch hier so ein Gamepad oder so. Stash. So, da machen wir vielleicht einfach mal in den Stash, einfach mal was rein. Weil ich könnte mir vor, ah, mit Steuerung kann man das hier so machen. Ich weiß nicht, ob wir das unterwegs brauchen, das Essen, ob wir das verlieren. Und bevor ich das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht verliere oder so. Okay, let's go. Wir sollen mit dem Barmann reden, dass der hier bestimmt. Bye. I want something, no trade task. First steps. Das ist super in Englisch. So, wir machen auf jeden Fall. Choosen einen als Reward. Objektiv. Go to the forest and survive. Das ist meine erste Mission. Okay. Das klingt ja irgendwie machbar. I want to know something. What is this place? What's happened? Tell me more. How can I find some jobs? I can give you a few ones. I don't think the green army wants to deal with a rookie. Vielen Dank. I can put in a good word for you. But first let's see if you can survive out there. Okay. Also erstmal das machen. Okay. Der Rest ist ja nicht so interessant. Refill hunger and thirst. Wollen wir nicht. Alles klar. Wir wollen ein bisschen Action. Was gibt es hier noch? Was ist das denn? Er hat eine Frise. Also die Typen sehen ein bisschen komisch aus. Mir, oder? More fun. I need more fun. Oh, 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 oh. Shut up. What are you? Okay. Also voll die Konversationen hier am Start. Mit dem kann ich hier reden. The Doctor. Task. Radioaktive Meat. So, I want to... Also ich muss wohl radioaktives Essen holen. Ich mache einfach mal Accept. Heal me, repair armor. Okay, bye. Kann ich J oder so? Oh, Alter. Was ist das denn? Pip-Boy 5000 oder was? Not available now. Okay. Das klingt ja super schon mal. Ah, hier haben wir das. Survive in the forest. Ah, collect raw meat. Okay. Alles klar. Also mit J kommt man hier rein. Das bin Rookie Hunter. Das werden wir gleich mal ändern. Fitness Style. Was ist das denn hier alles? Oh, okay. Da kann man sich wahrscheinlich ein bisschen... Ah, okay. Kann man seinen Raum irgendwie gestalten? Ah, okay, okay. Das sind die Rationships. Okay, okay, okay. Ah, ich verstehe schon. Also mit J kann ich diesen Supercomputer a la Pimp-Boy und Fallout aufmachen. Fresh Meat, hä? So, das sieht ja ultra-pixelig, 16-Pixel-Style aus. Die Jungs mit ihren Knarrenhallen. Ich skippe den Headshot, Alter. So, das ist hier dieser Typ, glaube ich, oder? Conductor. Genau. Tell me something. Task. Materials. Der will also irgendwas haben. Machen wir natürlich. Wir nehmen alles an. Kann man immer gebrauchen. Tell me something. I want to leave. Okay, das sind die Missions hier. Forest. Schrottplatz. Was auch immer Industrie. Sumpf. Keine Ahnung, was das ist. Normal vielleicht oder so. Hier ist irgendwie leer und da weiß ich auch nicht genau. Ach, nee, man kann das einfach anklicken. Makeshift Camp. Industrial Area. Swamp. Mall. Nüft, nüft. Und in der Entwicklung. Okay, also okay. Forest. Ja, da sollen wir ja hin. Rein und überleben wieder raus. Das klingt jetzt so, als könnte man mal eben machen. Wenn es hier nicht so ist wie, äh, bei Stone Shard. Das sonst kann die Wölfe platt machen. Äh, was ist mit dem Zug hier los? Ah, alles mögliche random. Ja, okay, alles klar. Alright. Ja, fangen wir mit dem Zug hier lang. Erstmal Visage hier. So, die Dampflok hat uns mal hier rausgeschmissen. Ah, Grafix ist aber schon irgendwie nasty. So leicht neblig irgendwie. Ja, aber den Vögeln hat schon coole Stimmung. Es regnet. Ja, der Regen macht so Tropfen. Okay, okay, ich brauche mal eine Map oder so. What's the map, baby? Okay, die kann man verschieben. Das hier, Extraction Point. Also wir müssen nach oben laufen, hätten die erste bisschen schon geschafft. Das ist wie, was ist das eine City oder was ist das hier? Und da ist ein Extraction Point. Alright, 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 alright. Ähm, mir fällt da was auf hier unten, die Munitionsleiste. Soll hier so sein, oder? Ah, R für Reloading. Good idea. Das ist schon mal sehr gut, dass man seine Waffe geladen hat. So, wir können ja mal hier einen kurzen Spaziergang machen. Boah, ich habe auch gehört, man soll auch die Sounds hören, weil... Ich habe Schießerei jetzt zu euch wie gehört, ja? Ähm. Und ich weiß nicht, gehen wir jetzt direkt mal raus aus dem Forest, dann hätten wir die erste Mission gemacht. Ist das gecheatet? Was ist denn das? Ah, Schatten von irgendwas. Von dem Stein, oder was ist das? Okay. Na, rechte Maustaste, ist so eine Art Zoom, oder was? Keine Ahnung. Swamp. Boah, diese Vögel erschrecken mich voll. Das klingt wie so ein Radioaktiv-Sound hier. Was denn das da? Hä? Was ist das? Was glüht da so? Ah, man kann es ja drin verstecken, das ist ja auch gut. Ich will auch gar nicht schießen... Habe ich schon Durst, oder was? Ich fange an zu spielen, bin schon verdursten. Was ist das denn? Alter, bin ich über diesen Hase erschrocken. Hä, was? Ah, Enter. Alright, Boy. Wo sehe ich denn, dass ich hier benutzen kann? Kann ich gar nichts machen. Das Blut auf dem Boden... Ist das normal? Okay, man kann ja gar nichts machen. Das ist schon mal super. War es das ein Loch im Boden, oder was? Eine Falle, oder was? Ah, Leaving Area. Ah, okay, so läuft das hier. Ah, ja, ja, okay, alles klar. Aber ich habe irgendwie Hunger und Durst. In der ersten Sekunde. Super, Felix Peep. Komm. Null. Ja, Quest complete. Da unten ist mein Gesicht, das ist halt ein bisschen blöd mit den Quests, ne? So, dann gehen wir zum Barkeeper. Was heißt denn da? No, hey, Digga. Oh, das sind das für Sprüche hier. Nicht jugendfrei. So. Task. First Step completed. Und choose an Item. Book Medicine. Book Gunsmith. Book Cooking. Ich mach mal Book Cooking. All right. Okay, nächste Task. Step 2. Ah, you're still alive. Fantastic. Oh, es gibt schnallen, Alter. Willig. Okay, okay. Okay, okay. Blub. How are you encumbered? Also wir wissen, wie wir so kämpfen. And if you survive, I'll alert the green army that a new hunter has arrived. I'll make sure that you can get into their bunker area. Okay. Was muss ich denn machen? Drücken wir mal hier Jot. Was war hier? Das hier, glaube ich. Step 2. Eliminate 5 bandits in the forest and eliminate 5 wolves in the forest. Also wir müssen wieder in den Wald. Was ich jetzt noch nicht so kapiere. Also ich habe ja 83 und 100. Ist jetzt gar nicht so crazy, oder? Was denn hier mit Use? Oh, ich glaube, ich habe das geskilled. So, wir machen aber trotzdem, weil ich so ein fleißiger bin. Consume. Geiles Geräusch. Ja, aber 95. Okay. Und Consume. Also Geräusche sind ja schon cool. Also die ganze Flasche gesoffen. Ho, 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 ho. Okay. Aber das muss ja auch, äh. Okay, das sollten wir uns überlegen. Ob das so sinnvoll ist. Habe ich eigentlich Geld? 9.000 Rubel habe ich ja das. Hier, Baki. Wir machen mal was klar hier. Trade auf jeden Fall. Aber ratzfatz. Was ist denn das hier? Rotten Water. Das wollen wir nicht. Kosten so eine Bottle hier. Ähm. Wo steht der Preis hier? Ah. 300. Alright. Und was haben wir hier? Cooked Meat. Kostet 700. Nimm mal. Äh, Milk wollen wir nicht kippen, wollen wir auch nicht. Was ist denn hier? Rotten Cheese. Hat er nur so vergammelte Kacke? Okay, aber eigentlich würde ich gar nichts kaufen, weil das kann ich ja später machen. So, jetzt geht's los, Baby. Noch kein Schuss abgegeben. So, Bro. Ähm. I wanna leave. Forest, go. Yes. Ladebalken. Space to quit. To skip. So, wir sind wieder hier im Forest. Der sieht jetzt anders aus. Wo bin ich? Oha. Das müssen wir da ganz hoch latschen. Was ist das denn hier? Okay. Let's do it. Schock des Tohnes. Was ist das denn da? Das sieht auf jeden Fall gar nicht gesund aus. Voll hardcore radioaktiv. Ist das auf der Karte irgendwie zu sehen? Ja, also lauf! Dann leuchtest du nachts. So, mal gucken, was haben wir hier? Was hat denn? Okay, da gehen wir nicht hin. Da macht es krrrr, 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 krrrr. Das ist nicht gesund. Haben wir noch andere Untergrundgeräusche? Auf dem Sand läuft man anders. Aha. Interessant. Schwerschüsse. Enter. Okay, was gibt es hier? Kann man hier irgendwas machen? Loot. Boah, Loot auf jeden Fall. Was hat denn? Oh, ist basic. Ohne Gabel. Total wichtig. Hä? Mit Mausrad? Wie kann ich das hier wechseln? Ah, okay. Ein Löffel. Was ist das? What are you, boy? Key to the storage room. Okay. Alter! Oh, 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 oh. Erschrocken des Todes. Alter, mein Herz. Alter, ich verbinde mich gerade. Kann doch nicht auf mich schießen. Bist du irre oder was? Was jetzt ein bisschen doof ist, ich sehe gar nicht meine Schnellstartleiste. Drei und vier habe ich jetzt gedrückt. Oh, boy! Boah, das war ja hier. Da denkst du an nichts Böses, ne? Und dann kommt der mit seiner Schrote um die Ecke, Mann. Alter! Boom, zack, peng! Einfach tot, oder was? Was sind das für Amok, Leute? Da denkst du an nichts. Chillst du im Wald rum, hörst du den Vögeln zu. Tot. Ja, aber wir haben irgendwie, äh, ein bisschen EP bekommen. Ja, Moment. Habe ich was verloren? Ah, hier. Das ist ja doof, dass man das nicht sieht, ne? Drei, vier, fünf. Ich habe ja gar nichts verloren. Ist das jetzt einfach zurückgesetzt? Kann das sein? I wanna leave, boy! Ist ja gar nicht so einfach hier. Okay. Ich sehe schon. Sterben Deluxe. Puh! Und ich dachte schon, es wird leicht. Press and the key. Boom, wir springen, zack. So, wir sind wieder hier. Irgendwie sieht es anders aus. Genau. Ich soll Bandits töten. Das war die Mission, genau. Ah, wenn ich renne, verbrauche ich da oben diese Sprintanzeige. Okay, macht Sinn. Bin wahrscheinlich lauter, würde ich mal vermuten. Okay, ein bisschen aufpassen, ein bisschen aufpassen. Weil, ich habe da links was gehört. Weil, ihr kann ja immer ein Banditos lauern auf mich. Hinter jeder Ecke. Oh, der Schlimmeres. Oh, der Schlimmeres. Was war das? Ich finde, das ist ganz geil, dass man manchmal so hinter dem Gras ist. Was ist das? Das sieht ja voll kacke aus, der Typ. Oh! God damn it, alle. Tod. Ich habe 3, 4 gedrückt, bis der sich verbunden hat, ist der verblut. Wie geht denn das hier überhaupt, Mann? Ist doch nicht dein Ernst, Bro. Ich sehe schon, da ist ja richtig entspanntes Spiel, Neude. Oh, 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 oh. Was soll ich mir denn Schnapp holen? Das soll ich sagen. Ja, 20 Minuten am Aufnehmen. Nur am Verrecken hier. Ja, bei mir läuft es halt auch, ne? So, nach rechts unten. Aber mir reicht es jetzt. Ich laufe jetzt hier. Amok, ich lege einfach alles um. Ist ein Lust mit euch hier. Das hört mich schon sehr einfach so gut. Aber dass ich unten die Leiste nicht sehe, ist ein bisschen... Also, 3 verbannt und 4 mal einfach fertig aus, Ende. Was ist das denn da? Das ist ein Typ, der trinkt. Das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal in so einem Gefecht so übel abschneide. Dass ich da halb draufgehe, Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann euch für jeden Gegner so ein Ding... Wie soll das gehen? Doch ein Scharfschützengewehr. Und dann von weitem schön... What the fuck, Alter. Loot. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hat der Klopapier dabei. What are you, boy? Yes. Ich brauche die gleiche Muni. Äh, was ist das denn hier? Scrap Metal. Ja, das ist ja... Aber hier... Ist die jetzt stärker oder was? Was macht die Durability? Damage 14. Damage 17. Ich frage es, wie wechsle ich denn meine Waffe überhaupt? Ah ja, so, okay. Einfach mit zwei. Mit den Zahlen 1, 2. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock, mich zu bewegen. Weil ich denke, ich sofort gleich wieder tot bin hier. Aber ich sehe doch hier gar nichts. Oder sehe ich hier wirklich nur so diese... Holy Moly, was ist das hier? Was ist das denn? Badrier oder? Coffee. Nehme mal. Was hat hier? Zigaretten, nehmen wir. Was haben wir hier? Sugar. Verschimmeltes Brot. Ah, ich nehme alles mit. Besonders natürlich die Handel. Das ist immer wichtig. Oh lord, alle. Wo? Das klingt, als wenn ich im Kampf bin. Ich check's gar nicht, ne? Ich check's null. Hä? What the hell? What the heck's going on here? Ich kann hier eigentlich irgendwas machen, ne? Alright. Aber ich kann in die Bude. Das ist mal wichtig. So, was gibt's hier? Seife oder was? Tatsache. Was ist das denn? Pillow. Und verschimmeltes Brot. Ah ja, okay. Alles klar. Moment mal. Beinahe hätte ich's vergessen. Alright. Alright. Ah, wenn ich rechne, muss das dir gedrückt halten, bin ich auch langsamer. Irgendwie geil. Irgendwie geil. Aber irgendwie sackisch schwer. Was ist das denn da? Wow! Ah, hier spielt die Musik. Der raucht. Ist ja süß. Ja, aber wie komme ich denn an den ran und lege den um, ohne dass der mich kalt macht, bitte. Moment mal. Äh, Tutorial. Ähm. Combat. Okay, Health haben wir schon gemerkt. Ähm. Bleeding. Moment. Okay, okay, okay. Ähm. Amo-Counter. Crosser ist red. It means there is... Aha. Having the crosser above an enemy increases accuracy and decreases recoil. Oh, ich wusste, man kann snipern. Okay. Schauen wir mal, ob uns das was bringt. Rot heißt, der Punkt in der Mitte ist rot, man kann da nicht hingucken. Cover! Sehe ich auch so. Was heißt denn hier? Jam, Alter! Bleeding One habe ich. Okay. Also drei. Holy Lord, Alter! Okay, das haben wir schon mal. Ich weiß nicht, was das mit dem Ding hier auf hat. Fünf. Er verbindet und verbindet und verbindet und verbindet und verbindet und verbindet und Was macht er da? Amputiert er sich ein Bein oder was? Hat er überhaupt nichts gebracht? Okay, mach mal vier. Ja, die vier, also die vierer Dinger, die bringen auf jeden Fall sofort mal Leben. Nice! Und Reload, würde ich sagen. Wow! Lord! Have mercy! Irgendwo da. Äh? Jetzt ist er eben so hoch. Was ist jetzt drin oder was? Hä? Ist ja creepy, Halle. Ich loote erstmal Kollegen. Easy peasy. Okay. hochhör auf mann ich halte so irre oder weg wissen es ist ohne worte gilt bei bandit ilia chirurgow plus 22 was ist das experience points oder was wie viel mal muss ich sterben ist täglich grüßt das marmeltier papapada sterben der band macht euch auch so ein spaß zu sterben also ich sag mal ich könnte in youtube kanal auch sterbe kanal nennen so irgendwie scheiß wetter muss jetzt sein als wenn sie schon schwer genug wäre ich muss ganz nach links und runter also wahrscheinlich sehe ich jetzt noch schlechter also das spiel ist schon krass muss krass schwer muss ich mal sagen wenigstens habe ich den hasen getötet oh tatsächlich kann man den looten was ist das rabbit pelt was denn das hier eigentlich ach erhöht soll das sein so ein schrottplatz radioaktiv irgendwas ich hänge am baum wo will ich eigentlich hin habe ich umgelegt oder was keine ahnung was anders gemacht habe aber irgendwie habe ich sie weggezimmert ich will die looten komm her was denn das hier die pille des todes oder das ah der hat nur pistolen dabei deswegen hat schon Chance verstehe was denn das ein teebeutel also hier gibt es ja hier gibt es ja ein zeug ne ok we have the big gun now ja reloading aber heute noch wie lange lädst du denn nach digga wo ist denn der dritte gestorben jetzt waren noch drei verschimmeltes brot was denn sonst wir haben nur so kackknifften so aber ist gut was war das let's hide in the bush schon laut der regen oder bei dem muss ja aufpassen ich glaube die sieht man gar nicht so gut also die sind ja so halb hinterm gras das ist schon echt für ein 2d game echt gut gemacht man muss echt gucken wie ein luchs ob du irgendwas siehst hier oh lord ok hey ist level zu enden oder was ok ich bin doch in der leaving zone oder nicht ich will aber nur lebend hier raus lass mich aus dem wald also regnet es ist wohl ätzend was grünes survived ist so schön ich kenne das gar nicht was soll ich sagen wie viele bandits habe ich jetzt eigentlich gekillt achso das war der ja gar nicht hey boys and girls hello ladies ohne wieder eine blöde Spruchauflage ne ok you're stuck hold control ok das sehe ich jetzt also ich nehme dann die da aber ach hier sieht doch objective an jetzt kann man einfach umschalten ich habe es vorhin gar nicht kapiert ja ok das wollte ich jetzt eigentlich machen knarren verkaufen wo kann ich das zeug dann verkaufen das geht doch nicht nur bei dem barfuzzi oder kann ich mir gar nicht vorstellen was ist das hier eigentlich was gibt es denn hier noch eigentlich alles hä wie viel Uhr haben wir denn überhaupt 18 Uhr muss ich mich mal schlafen legen also ich denke mal oder ich gehe mal hier rein genau sleep äh 18 Uhr machen wir bis 6 Uhr 12 Stunden also ich lasse ja richtig gut gegen mir so ich bin sowas von ausgeschlafen oh scheiße jetzt habe ich aber Hunger alright ähm was ist das hier salami ziehen wir uns auf jeden Fall rein bam es dauert immer total lange bis man das hier oben sieht ja ok alright 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 let's take the coffee nö die Pille des Todes ach ne das sind Munition ähm not hungry aber thirsty ist immer ein bisschen 53 mal gucken was da rauskommt wenn wir so eine ganze Flasche hier abziehen boom naja ok das hat jetzt auch nicht so mega da ist eine Knarre oder was ist das hä was ist das da steht vielleicht irgendeiner ok 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 ähm bam 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 morphine morphine ja ich bin noch ein bisschen ähm mir unsicher gerade kann ich meine Knarre jetzt hier kann ich das nur dem hier verkaufen oder was ok Munition verkaufen wir mal generell nicht rotten bread keine Ahnung ein Teebeutel rubel ja ok hä ich dachte hä verstehe ich nicht wie mache ich das ah hier oben kring so dafür kaufe ich aber ein Fläschle Wasser ein Brötchen ne nix Brot weil er will Steak minus 1100 da rabelt es aber in der Kasse hier so gehen wir mal hier hin haben wir einen Stash und heben uns da mal so ein Ding auf hä war da nicht zwei Wasserflaschen eine mitgenommen ah die eine habe ich gesoffen na genau ähm rabbit pelt whatever ja ok an der Stelle würde ich sagen das ist Zero sie wert erster Teil sterben geht kaum schöner als hier außer in Stormshot ja ok ich sag mal ist schon sportlich das Game echt schwierig ich hab noch nicht rausgekriegt wie man da gescheit kämpft das gucken wir uns vielleicht einfach in der nächsten Folge mal an wenn du Bock hast da mehr zu sehen auf jeden Fall mal liken abonnieren und Co nicht vergessen oder schreib mal was in die Kommentare vielleicht hast du ja ein paar Tipps wie ich das hier besser machen kann und ähm dann legen wir die einfach alle um bumm fertig so machen wir es alles klar bis zum nächsten Mal tschüss ciao